So, Zeichnen Symbole Teil 3, okay Ich werde es mal umschauen Adler-Sinn anmachen Nein Ähm, b-b-b, brauchen wir noch was Oh, ne Wache, da Nein Hä? Ah, okay, sehr schön Ja Der hinterste Punkt Einmal ihn gefunden Okay, es ist da drüben, es ist eigentlich so weit Gerade überlegen Eigentlich nur geradeaus Ja, ist machbar So, schnell raus, Ezio Wow, Wache Gut Ich hoffe, alle keinen Verdacht Und jetzt Da hoch eigentlich Ja, gehen wir von hier hoch Gerade am besten den erstbesten Weg nehmen Ah, Ezio So Da haben wir das letzte Oder die letzte Information, die wir brauchen Für den nächsten Schlüssel Ja, sehr gut Und jetzt wieder Natürlich zurück zu Sophia Beziehungsweise zur nächsten Erinnerung Wo haben wir die denn? Oh, direkt hier hinten Die nächste Sophia-Erinnerung Ja, müssen wir auch so uns direkt dahin bewegen Männchen-Turm freigeschaltet Okay Sehr schön festgehalten Das hat uns nämlich Energie gekostet Naja, niemand was gesehen Nein Nein Oh, Ezio Immer schön langsam hier Ich muss gucken Eigentlich reicht das Wenn wir uns einfach nur am Rand der Map fortbewegen Und dürften, denke ich mir mal Ja, ziemlich sicher dort ankommen Woop, Achtung Ja, geht's Relativ Oh, nee, oder? Hm Wollte ich gerade sagen Geht relativ zügig Und dann landen wir direkt auf einer Sackgasse Ja, da kommst du nicht hoch Okay Und auf mir hier entlang eben Achso, okay Kein Wunder, dass wir nicht weiter konnten Wop, Achtung, Achtung Hallo Ich schöpfe mir überhaupt keinen Verdacht Okay, wir haben noch eine ziemlich geringe Aufmerksamkeit Von daher Ist das ein Rennen oder so? Ist das ein Rennen oder so? Ah, ganz hinten Ja, sehr gut Achso, Sophia ist nicht hier Okay, reden wir mit dem Wir kommen jetzt in die nächste Stadt oder wie? Das nächste Gebiet oder sowas Keine Ahnung Wir rennen im Kreis Ja, nein, also geht es durch Ja, schon ziemlich nervige Ladenbildschirme hier Ja, aber daran kann man sich definitiv gewöhnen Ja, können wir schon um Reset Das ist ja nicht so tragisch Okay, hier müsste der letzte Schlüssel sein Mädchentum Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Mädchentum Turm, oh Gott, ich bin so dumm Ich sag Mädchentum Mädchenturm Okay, warum heißt das Mädchenturm? Egal Sie suchen sich in den Turm, aber seien Sie vorsichtig Volle Synchronisation, beschaffen Sie den Masjav-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen Oh Mann Das Wasser hat so eine magnetische Anziehungskraft auf Ezio Muss ich aufpassen Ja, es ist aber sehr gut zu sehen, dass hier kein Licht ist Okay, wir haben hier unten direkt schon mal was Interagieren wir sofort Ah, ein Weg Sehr mysteriös Das gefällt mir eigentlich wieder, so ein Assassin's Creed Oder vor allem diese Mission gefällt mir Ja, brechen wir es gleich mal auf Oder öffnen wir es, je nachdem Ja, ja Okay Was haben wir hier? Oh Mann, vorher sagen müssen, denke ich mir mal Wow, das ist knapp Oh, sag bloß, es wird jetzt so ein Wettlauf mit der Zeit Okay 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 Können wir uns mal sehen, was passiert? Oder? Oh Okay Okay Ach so, das Wasserpegel steigt dadurch Ach so Ach so, und das sinkt natürlich wieder ab Das Rätsel des Mädchenturms lösen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, ich bin so schlecht Okay Ähm, wie? Muss ich jetzt hoch oder runter? Ich hoffe doch mal Ich hab keine Ahnung Wenn wir jetzt schon hier sind, dann springen wir mal auf den drauf Okay Okay, wenn so es aussieht, dann müssen wir runter Läuft Ganz okay Läuft ganz okay Da lang, oder wie? Na, ich vermute mal geradeaus durch Na, go Ezio So, ah okay Wieder so ein Hebel Vielleicht wieder so ein Zeitmechanismus Gut, dass ich jetzt weiß, wo er ist Ah Ja So viel zum Thema Null Prozent Äh, hundert Prozent Mist Ja, ich vermute mal, ich bin vorbeigelaufen, ne Kann das sein Ja, bei meinem Glück sowieso Verdammt Warte denn Wer ist da hingekommen? Keine Ahnung Na egal Ja, haben wir die hundert Prozent, ne So dämlich Ich weiß aber auch gar nicht, wie wer da hinkommt Hm Gucken wir mal Gehen wir einfach mal hier hoch Es führt ja ganz woanders dahin Oder ist das der richtige Weg? Ach Ne, der Weg ist mit Sicherheit falsch Okay, ich brauche gerade, ich brauche gerade ein bisschen Zeit Weil das, ähm Ja, weil das Türding ist direkt hier hinten dran Ich glaube wir müssen doch da hoch, ja Ja, probieren wir es mal Wirkt leicht verwirrend auf mich Ah Also dann doch von hier aus Ja, schade, dass wir die hundert Prozent nicht haben Oh man Direkt den falschen Weg wieder genommen am Anfang Ach, egal Okay, was geschieht als nächstes? Hm, okay Dann gehen wir eben da lang Ich vermute mal dann hier hoch oder so Ah, mal schauen Lassen wir uns überraschen Ja, ich würde schon sagen, da hoch Okay Okay, ich bin etwas verwirrt Aber Das sieht nicht ganz verkehrt aus Ja, haben wir es geschafft Geht doch Ach so Es geht immer weiter nach unten Jetzt habe ich das kapiert Das ist dann der Schlüssel Na gut Hier der nächste Schalter Wenn wir schon in der Richtung stehen, dann Oh nein, falsch Okay, okay, okay Boah Ich bin gerade nur am Raten, wo es lang geht Folge meiner Intuition Jetzt da lang Geht doch Ja, doch nicht der Schlüssel Nochmal so ein Hebel Ja, da ist er doch Oh man Wenn ich jetzt nicht ins Wasser gefallen wäre, dann hätte ich es geschafft Das ist doch so blöd Ja, schon ärgerlich jetzt, dass die 100% fehlen Dann hätte ich mich einfach etwas weniger dumm angestellt, wie immer Dann hätte es geklappt Ah, okay Bitte Gehen wir weiter hier hoch Noch ein Stück Geht's jo Ja Ja Kurz mal hinter uns gucken Das ist anscheinend noch weiter oben Die scheint ganz oben Ja Hier lang Boah, ist es extrem hoch Ja Los Ah, sehr schön Wir nehmen natürlich erstmal die Schätze Bevor wir den Schlüssel nehmen So 447 Gold Bisschen Schwefel 432 Arabisches Pulver Was haben wir hier? 1670 Und klebriger Harzbeutel Und Der nächste Schlüssel Der Schlüssel Nummer 4 Müsste es mittlerweile sein Sehr gut 4 von 5 Masjaf-Schlüsseln erhalten Ja, leider keine 100%ige Synchronisation Aha Da hätte ich Ein bisschen vorsichtiger sein sollen Viel zu überhastet Da rangegangen am Anfang Na, okay Naja Passiert mir eh zu oft Wir haben den vierten Schlüssel Jetzt denke ich mal Müssen wir wieder Zum Assassinen-Hauptquartier Und Ja Dürfen mal wieder In die Vergangenheit Und gucken, was Alter hier So als nächstes angestellt hat Und dann kommt auch endlich Schlüssel Nummer 5 Ich wäre froh, wenn es mal schneller laden würde Burn mal wieder Ich war froh, wenn es mal fertig sagt Ich war... ...